Heute ist der siebte sechste heute ist mein Geburtstag und heute möchte ich mir mein eigenes Geburtstagsgeschenk selber schenken und ich mache mir heute mal einen schönen Tag mit meinem Roller und mal schauen wo ich hinfahre es geht ein bisschen in den Norden hoch vielleicht bis nach Münster vielleicht noch ein bisschen weiter hoch bis nach Rhein muss ich mal schauen werde unterwegs ein paar Bilder machen werde mich dann bei euch im Laufe des Tages oder im Laufe der Tour dann noch mal melden und sagen mal bis dahinter ciao und bye bye jetzt sind wir momentan halb drei und bitte noch eine schöne kurze Tour hier noch eine Tankstelle hat noch ein paar Sachen abgegeben und mache mich jetzt weiter auf den Weg in den Norden und werde dann natürlich ein paar Bilder schießen und wenn wir ein Eifer essen dann später eine Autofahrt wir sehen uns Wir sind in der Nähe von Lüdinghausen und bin jetzt hier gerade unten am Kanal eine kleine Pause und dann gehe ich dann weiter in den Norden hoch vielleicht noch so ein kleiner Blick in die Tür aus da geht's in der Nähe von Lüdinghausen und von Lüdinghausen und das ist mein Baby Mit dem will ich irgendwann mal an die Nordsee oder an die balkische Küste schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.